Oh, das ist ein Kompass. So etwas kennt ihr Stadtkinder wohl nicht. Mit deinem Kompass kannst du dich nicht verirren. Du findest immer den richtigen Weg. Er zeigt immer nach Norden. Wenn du weißt, in welche Himmelsrichtung du gehen willst, kannst du dich ganz leicht dahin wenden, weil du immer weißt, wo Norden ist. Oh ja, er könnte dir helfen. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Hey, kann ich die Erde haben? Mein Kaninchen greift überall Löcher im Rasen und mein Vater will, dass ich sie wieder zuschütte. Das müsste für die riesen Kaninchenlöcher reichen. Also danke. Und wenn du irgendwas brauchst, frag einfach. Hä? Was? Dir ist wohl schon etwas eingefallen, das du dir ausleihen möchtest. Okay, Erdhörnchen spazieren herein, laben sich an köstlichen Tauben, lösen dabei das Seil aus, die Tür fällt zu und bumm, hab ich euch endlich! Wuff, 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 wuff! Hey, Erdhörnchen, kommt doch rein! Hier, gibt es leckere, zuckersüße Trauben! Oh nein, nein! Lass mich raus! Hilfe! Sind sie hier, um sie zu fangen oder um sie zu füttern? Ich, äh, ich teste nur den Erdhörnchenkäfig. Funktioniert und zwar ziemlich gut. Oh, ah, Mann, oh Mann, mein Rücken! Keine Sorge, ich werde das besonders schwere Gerät auffahren, das mich noch nie, aber auch noch nie im Stich gelassen hat. Also, ein Momentchen, bin gleich wieder zurück. Koko hatte alles, was er brauchte. Einen Kompass, einen Profi-Buddler und eine gute Methode, die überflüssige Erde abzutransportieren. Alles, was er jetzt noch brauchte, war genügend Zeit. Achtung, Erdhörnchen! Alle an Bord des einmaligen Kel-Hun-Kran-Expresses! Hahaha! Jetzt hilft euch kein Weglaufen mehr! Koko hatte es geschafft. Die Erdhörnchen waren gerettet. Ja, ich hab's! Ich hab's geschafft! Jetzt entkommst du mir nicht wieder, du Tauben-Klauen! Der Affe! Ich bin schon da, Koko! Kerl-Hun, wissen Sie was? Die Erdhörnchen sind lange nicht so nervtötend wie Sie. Sie verschwinden! Die Erdhörnchen können bleiben! Ach, egal! Ach, was für ein Schlamassel! Also wer hilft mir, das wieder in Ordnung zu bringen? Zur Belohnung gibt's Trauben! Hey, wir müssen es irgendwie schaffen, den Ballon anzuhalten! Vielleicht waren diese Sandsäcke die Anker des Ballons. Ganz ruhig! Bewahren Sie Ruhe, Herr Quint! Das versuche ich ja. Andererseits muss ich unbedingt mein Boot in Sicherheit bringen. Hey, Quint, du weißt doch, hier ist Parkverbot. Ausgewiesene Ladezone. Schmeiß bloß nichts mehr runter. Das macht uns noch leichter, sodass wir höher und höher steigen. Wir müssen schwerer werden, um runterzukommen. Wachtmeister Quint, mein Affe fliegt gerade mit dem Nachbarsjungen auf und davon. Steigen Sie auf! Alles in Ordnung. Ich werd' uns schon irgendwie sicher auf den Boden kriegen. Bleib einfach ganz ruhig! Schneller! Sie sind nach vorn! Langsamer! Versuchen wir's nochmal! Ich hab's! Oh! Na prima! Also dann viel Glück! Ich bin bei euch! Oh, das ist keine sichere Art und Weise, in einen Ballon einzusteigen! Ich weiß, Bill! Ich weiß! Aber macht dir keine Sorgen! Ich werd' euch helfen! Da siehst du, was passiert, wenn man sich nicht an die Vorschriften hält. Der Wind wird stärker! Das sieht man auch an der Fahne da unten. Es könnte schlimmer sein. Wenigstens weht der Wind uns nicht aufs Meer hinaus. Oh nein, der Wind hat gedreht. Er weht jetzt in Richtung Meer. Weißt du, was das bedeutet? Naja, ja, Seemöwen, klar. Aber auch, dass wir über das Meer schweben werden und es noch schwieriger wird, irgendwie zu landen. Wir werden wahrscheinlich in einem anderen Land landen, wo ich die Sprache nicht spreche und das Essen hasse. Ich will nach Hause! Ich frage mich, wie ihr Stadtkinder es anstellt, bei Stress so ruhig zu bleiben. Was ist los? Was ist jetzt wieder... Hey! Sieh mal da ran! Dann müsste eigentlich da oben eine Öffnung entstehen zum Rausfliegen. Ja! Ja! Oh! Hey, wir sinken! Klar, durch die Öffnung entweicht ja auch die heiße Luft. Verstehe, so bringt man also einen Ballon zum Sinken. Du hast uns gerettet, Coco! Oh nein, der Wind wird wieder stärker. Wir haben keine Chance. Wir werden auf dem Meer landen. Ich hab' euch, Jungs! Ja! Ich war ein wenig beunruhigt, ohne in Panik zu geraten. Sozusagen vorschriftsmäßig beunruhigt. Meine Kamera! Oh! Ich hab' ganz vergessen, Bilder zu machen. Haha! Das ist ja süß! Coco! Genial! Du hast die Vögel fotografiert! Wenn ich es nicht war und du auch nicht, wer... Miniple fotografiert! Aha! Dafür war die Schutzbrille also gut. Hohoho! Hohohoho! Diese Wand brauchte irgendetwas, das sie aufrecht hielt, während er sie festnagelte. Eine Wand fehlte noch, aber Coco hatte keine Nägel mehr und das einzige Holz, das noch übrig war, war das schwere Brett, das er nicht anheben konnte. Zum Glück hatte Frau Rankins ihm gesagt, er könne alles Holz nehmen, was er brauche. Herr Quintz war nicht da, aber Coco hatte gesehen, wie er auf diese Weise Nägel herausgezogen hatte. Coco fand, ein Baumhaus müsste kein Holzdach haben. Außerdem hatte er auch gar kein Holz mehr. Na, wie gefällt euch euer Neus? Alles repariert und extrem stabil. Vielleicht hättest du Nägel benutzen sollen. Ich sterbe vor Neugier zu sehen, was du für eine Überraschung hast. Darf ich schon gucken? Was ist? Ist das ein Haus? Ich meine, natürlich ist es ein Haus. Du hast ein eigenes Baumhaus gebaut. Wow, nicht zu fassen! Ich gebe zu, ich bin sehr beeindruckt. Aber wo hast du all das Holz und die Nägel hier? Coco? Hast du meine Hühnerhauswand genommen? Coco, hast du die Nägel aus meinem Bootsteg herausgezogen? Plötzlich habe ich den Halt verloren und nun bin ich pitschenass. Oh, ähm, ich bin sicher, das war ein Missverständnis. Er wird alles zurückgeben. Coco! Bevor er auch nur die Chance gehabt hätte, seine eigenen Hausregeln aufzustellen, musste Coco sein Baumhaus wieder auseinandernehmen. Warte! Ich hab gesagt, du könntest dir nehmen, was du brauchst. Nun ja, ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen. Und ich kann mir auch eine neue Wand zimmern. Die da sieht aus, als würde sie genau dorthin gehören. Endlich hatte Coco einen Ort, wo er die Regeln aufstellen konnte. Regel Nummer eins, man muss die Wände bemalen. Und Regel Nummer zwei, streiche immer mit den Füßen die Butter auf den Maiskolben. Ach, das, das ist nicht einfach. Hausregeln. Ich weiß. Na schön. Coco, ich brauche mein Xylophon. Betsy, warte! Coco war verzweifelt. Er probierte alles aus. Was war das denn? Mein Xylophon. Coco? Coco? Es war hoffnungslos. Coco würde nie herausfinden, wie die Klangstäbe angeordnet werden müssen. Auf diesem hier stand eine Zahl. Und auf diesem ebenfalls. Sie trugen alle Zahlen. Die erste war die Acht. Was kommt nach Acht? Die Sechs ist so rund wie die Acht. Sie sahen einfach richtig zusammen aus. Aber sie klangen nicht richtig. Und die Zeit lief davon. Was, wenn die Nummer Acht nicht am Anfang liegen sollte? Vielleicht kam die Nummer Eins zuerst, so wie beim Zählen. Coco konnte bis fünf zählen. Und die Uhr half ihm, bis zur zwölf zu kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das Problem war nur, dass er noch drei Klangstäbe übrig hatte. Okay, stellt euch auf die Treppe. Ich möchte ein Gruppenfoto von euch machen. Bitte, Tante Margaret, ich kann nicht. Ich muss Coco und mein Xylophon finden. Ach, wir brauchen doch nur eine Minute, Liebes. Wo gehörten nur die letzten drei Klangstäbe hin? Coco konnte nicht bis 15 zählen. Jeder Klangstab war kleiner als der davor. Vielleicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Es gab nur einen Weg, um auszuprobieren, ob es jetzt richtig war. Sagt Spaghetti! Hey! Das hört sich an wie... Und die Töne stiegen die Leiter hinauf. Mein Xylophon! Oh nein! Was hast du damit gemacht? Ich kann nicht fassen, dass du es repariert hast. Dieser Klangstab hat immer gewackelt. Danke, Coco. Oh nein! Aha! Oh nein! Oh nein! Aha! Aha! Waaah! Waaasれる nao? Wuuu cheuuu o aruku toki mo iiii ko de iru und so? Hooh! Ooooo... Ha 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 ha! Waaah, ha 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 ha. A salu wa uchu u or tobi aluku no ga daai suki. Waaah ha ha ha! Lasse Lass uns niemals ein wenig. Das ist alles so schön. Er ist nicht so schön. Die Kinder haben keine Rolle. Sie können nicht einfach nachdenken, von der Länge ausmachen. Wenn du nicht mehr so machst, weil du nicht so machst. Das ist eine Lange. 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 Oh, so, so,言ったかな ジョージの空気は2分しか持たないんだった 嘘,今初めて聞いた ジョージ,できるだけ早く任務を片付けてちょうだい とにかく急いで作業を終えてロケットに戻って 新品との交換なんて簡単 でもなかったみたい そうか,古いのが入ってた同じ場所に新しいのを入れればいいんだ 入らない 最後の1本は前のと形が違います ジョージ,今すぐロケットに戻るのよ ジョージ,僕が連れ戻します いいえ,ダメ,命綱がないでしょ 何してる なんだ,形は同じでした 今度は右回転でナットを締めます ジョージ,空気はあと5秒しか持たんぞ 今すぐ僕が... ダメよ,宇宙の果てまで流される 戻りました,ほら,無事です よいしょ,よくやったぞ ジョージのおかげで望遠鏡の向きが変えられる 二人ともご苦労様,早く帰ってきて おお,2分じゃなかった 1時間2分じゃった あ,勘違い ははは Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. DOKSY! Ich habe ihn. Das ist mein Kind. Sie sind doch schön. Ich bin meine Freundin. Mein Name ist DOKSY. DOKSY ist ein Kind. DOKSYってこと知らなかったら、ハンドリーが暴れてると思うだろうな。 DOKSYは仲良しコンビ。 いつかハンドリーにも気の合うお猿友達ができればいいな。 スーバームのくねくね線はもっと太かった。 象は体が大きいから? それとももっと太い絵筆で描いたから? DOK、 TOLD TE 2015 Kumbaot treso Kumbaot treso 次は薄紫の模様か… でも、そんな色の絵具ありません。 Jetzt ist es ein kleines Schraub. Aber... Es gibt keine Art Schraub. Glass, hier ist es. Es ist Zubel und Glass. Sie sehen sich, wenn man einen Schraub hat, wenn man einen Schraub hat, dann kann man einen Schraub haben. Dann kann man jemanden sehen. Das ist gut. Ich will noch ein bisschen probieren. Das ist der Ölbis. Ölbis? Das ist der Ölbis? Nein, das ist das Kieler. Das ist das Kieler. Dann haben wir das Kieler. Das ist das Kieler. Wenn man Kieler Kieler hat, wenn man Kieler Kieler hat, dann muss man das Kieler. Blü ist der Ölbis. Die Blü ist der Ölbis. Aber es ist der Ölbis. Das ist der Ölbis. Das ist der Ölbis. Der Ölbis hat sich die Ölbis. Typisch, die Läder sind die Schleide. Du bist der Ölbis. Es ist der Ölbis. Der Ölbis ist die Unterwendung. Aber die Ölbis hat sich nicht gemacht. Der Ölbis hat sich die Ölbis. Der Ölbis hat sich nicht davon gemacht. Welche Farben werden die Farben verwendet, wenn man die Farben verwendet wird, wenn man die Farben verwendet wird? Die Farben hat die Farben verwendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum ist das hier? Du bist hier? Du bist der Schmerz! Ach... Hmm... Ich weiß nicht, aber hier ist ein Schmerz. Hier ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Der Schmerz ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Herr, das ist ein Schmerz. Können Sie sich das hier? Es ist die Musik von diesem Schmerz. Schmerz wir holend. Das ist der Schmerz. Ich finde das super Schmerz. Schmerz... 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 Ich denke, ich denke, es ist, dass ich das Unige finde. Hahahaha, wenn ich eine große Welt finde, ist das so ein Lobby? Sie haben einen Zoll und einen Zoll, die絵を描いている. Keine Ahnung, ich denke, diese Lobby ist unige. Ja, du hast gesagt, du hast gesagt. Aber was ich? Ich werde das Essen sagen. »Dassau«の名人です »Ah!« »Kiっとあの檻も開けられる?» Že words to the team »Handly«救出作戦» »Handly«は, »Handly«は, »Handly«に入れられている »Handly« »Handly« Er hat sich um »Handly« 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 O風呂に入ってさっぱりしたでしょ? Noみがかよかったものね 作戦その1 注意をそらす はいはい 今行きます はい どちら様 あら グウェン ちょっとこっち来てこれ見て 何? どこの猫ちゃん? ああ なんてちっちゃくてかわいい子なの ええ こんなかわいい子猫ちゃんなかなかいない 食べちゃいったい 作戦その2 檻をあける 作戦1はうまくいったのに ねえ 今のうちの犬 中を調べてみましょ みんなちゃんといる ああ 尿器まで捕まっちゃった あの檻 どうすれば開くんだろう ふーん 開けられるかも しっ 静かに いい子ね ここをぎゅっと握ると 縦の棒が降りて 扉が開いた 山 olha だめだなぜだろう ひょっとして上にかかってるこの止めがね あはー これさえスルッと抜ければ 押してもダメなら引いてみます 早! Hoi! Ich habe nicht gedacht, dass ich hier rauskomme. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier rauskomme. Was sind Sie? O掃除のおばさんが来たのよ Ah,なら待ってもらって お給料払うから うん,遅かった もう帰っちゃった ジョージの作戦はもう一つ残っています これでまたハンドリーは立派なロビー犬です さあ,ボール遊びにもどろ 遊んでばかりはいられません 大事なロビーを守らなきゃ お次はレンキンスさん あそんでばかりはいられません 大事なロビーを守らなきゃ お次はレンキンスさん お見事 今までのところジョージとビルの仕事は完璧 でもまだ一番難しい段取りが残っています どんな時でも野原で過ごしてる ここまでは順調だ やった ジョージ,3のCを落としてくれ うふん いや,1のCだ うわ! 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 うっ! スカンクだ! うっ! ビルがいない あんな仕事熱心なのにどこ行っちゃったんだろう できるきっとできる あと1分で終わる うっ! 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 またに変身! クリームやヨーグルト どうしよう? いや,君かわいいね 臭い液かけないで うれしい父しわりほら しっぽ降ってるでしょ お父がたっぷり溢れ出す 見て バケツでいっぱい 落ち着け いつも通りに息をするんだ うっ! 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 これはまたたまげた うっ! スカンク! ダメですよ! 脅かしちゃう! うっ! うっ! スカンクが臭い液をまき散らしたら ショウが台無しになる なのにどうやって続ければいいんでしょう 絶対怖がらすな まずいことになる あ!危ない! 匂い出すぞ! うっ! うっ! ジョージは一生懸命考えます ほら彼女のおっぱい バカに変し クリマやヨーグルト えーとあそこは 1の A? B? Cだ! うっ! 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 彼女はミラクル最高度メーシ 自然が運落石の 乳牛よー! うっ! 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 どうも! うっ! 今からカエルの鳴き声をやります うっ! 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 じゃあ早速 うっ! 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 ジョージ! よくやったな! 君こそ最高の裏方さんだよ! うっ! うっ! 以上、お粗末でした さあ、カーテンコールだ 君たちも出て スカンクに気を取られて緊張してる暇なんかなかったよ よかった 期待どおり 君のカエルは本物そっくりだった いえいえ、でもお世辞でも嬉しいです ふーん はぁ はぁ アーガーさんはパイプをつないだ後、最後の仕上げにかかります どうだ?元栓を開けてみるか?みんながまた水を使えるように あ! はぁ あ! ッ! あ! 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 違うぞ!開けるんだ! 左にまわさないと ア! うん! Geh! 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 Ju-u-u-u-u-u! Geh, du kannst dich nicht mehr, Handolid? Geh, du willst dich nicht auf dem Boot oder Ahir? Er wird morgen Abend einst. Er wird morgen Abend kaufen! Der Mann, der im Kiel, der im Kiel, wird es nicht klar. Das ist ein Kiel, der im Kiel, ist es wichtig. Oh! Ich muss den Kiel, im Kiel kaufen. Und ich muss die Kiel, die Kiel, die Kiel, haben wir. Oh! Auf. 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 Der Kiel ist die Kiel, der Kiel, der Kiel, hat er weich gemacht. Oh! Auf. Ich muss den Kiel, die Kiel machen. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Niohki, es ist sehr glücklich. Das ist ein Wetter. Soll ich noch ein paar Mühe für die Kugeln? Das ist dann auch ein Wetter. Das ist das Kugeln. Nein, das ist es, dass ich noch ein Wetter vorstelle, was ich bitte noch nicht erwähne, aber das Problem, dass ich noch nicht erwähne, dass ich das Kugeln-Wettbewerbte. Das ist wirklich ein Wetter. Das ist das Kugeln. Das ist das Kugeln-Wettbewerb. Hahahaha! Du bist hier. Hach! 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 Ich habe eine solche, die ich habe, eine große, die ich habe. Hach! 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 Wenn ich hier eine schöne, habe ich einen kleinen, habe ich keine, was ich noch nicht. Hach! Jörgy ist ein sehr glückliches Hohme-Kotobah. Ich habe mir geholfen? Ich habe eine schöne Präsenz bekommen. Ich habe mich überrascht. 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 Jörgy ist es für einen schönen Tag. Jörgy ist sehr glücklich. Er hat sich überrascht. Er hat sich überrascht. Er ist schwierig. Was ist das? Jörgy ist erinnütz. Ich habe mich überrascht. Jörgy ist auf den Schuss, zwei Minuten zu sprechen. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ahahahhahahhahah! Ahahahahha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahahahha! Ahahahah! Derweil ich mit meiner featuring zu anderen Deinen. ... Aber ohne Auto ist nicht das. Es ist für eine neue Preisees Gruppe für, bigHEN Sie! Ahahah? Gott sei Dank! Wie machen Sie denn? Achau! Ja, Georgie. Bye, Georgie. Wenn man die Lichter der Ringefläche über die Ringefläche fließt, hat man nur den BANANA in der Ringefläche fließt. Ah, wie geht's denn? Ich bin alle bereit. Das war es gut. Heute ist es ein Thema für den Wissenschaftlern. Wie ist das? Ich habe schon gesagt, dass die Dinge passieren. Genau? Also, hast du etwas anderes gesagt? Nein, weiter. Ich bin wirklich sehr interessiert. Oh, was ich? Oh! Oh! Oh, was ich? Jorji? Oh, was ich? Ich will, was ich... Du hast du den Wissenschaftlern gemacht. Ich habe versucht, die neue Gedanken zu verhindern. Das ist ein tolles Kultus. Ich habe das sehr gut gesehen. Ich habe das nicht so gut. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Ich habe das Kultus. Ich habe das Kultus. Ich habe das Kultus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020